So, dann kommen wir zum nächsten Preis. Eben. Du musst die Martin-Duber-Schule auch zuhören. Ihr habt aber einen Preis bekommen, aber man muss auch zuhören, die anderen wollen auch euer Aufmerk. So, Eben, die Schülervertretung des Gymnasiums im Lohnkampf bekommt einen Sonderpreis für Zivilcourage 2013. Male, Film, macht Mut. Jetzt bitte ich drei junge Damen nach vorne. Begründung, die Mitglieder der Schülervertretung am Gymnasium im Lohnkampf haben sich aus eigener Initiative dafür engagiert, dass das Gymnasium im Lohnkampf den Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage zugesprochen bekommen hat. Mal den 17.12.2013. Applaus Also, wir drei sind jetzt ein Teil der Schülervertretung des Guilds und wir wollen im Namen aller Schülerinnen und Schüler sagen, dass wir uns wirklich sehr über die Auszeichnung freuen. Besonders, weil das eben auch zeigt, dass dieses Projekt, was uns sehr am Herzen liegt, auch über die Schulgrenze hinausgeht. Also, das scheint also nicht nur uns zu interessieren, sondern wie man auch sieht, auch hier die Martin-Buber-Schule und auch andere Menschen. Das freut uns eben sehr. Und das Preisgeld von 150 Euro werden wir in unsere Projektlage investieren. Die werden im Sommer stattfinden zum Thema Gesundheit. Und wir hoffen, dass das Projekt die Schülerschaft nochmal genauso zusammenschweißt, wie jetzt vielleicht Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage. Applaus